Heutzutage ist es total leicht, Nerd zu sein. Jeder kann Nerd sein. Als ich vor 30 Jahren auf dem Schulhof mein erstes selbst gemaltes T-Shirt mit Superman-Symbol hatte, da wurde ich ausgelacht, da wurde ich verhöhnt und geschubst. Das war nicht so. Heutzutage kann jeder überall von sich behaupten, er ist Nerd und dann kauft er sich irgendwo ein T-Shirt. Das war nicht immer so. Bevor es die Cave gab, gab es in Hamburg nichts. Ach, Hamburg, was rede ich? In Deutschland. Das war verpönt. Das gab es gar nicht. Das war ja kurz nach dem Krieg. Und es war so, dass ich, und überhaupt als Comicfreund, man ja sowieso schon irgendwie nicht gut gelitten war in der Gesellschaft. Und dann war es so, dass die Cave aufgemacht hat und das werde ich nie vergessen. Bevor man rein durfte, musste man erst mal warten vor dem Laden, ob man überhaupt würdig war. Da gab es eine Gesichtskontrolle und dann musste man mindestens vier Nächte vor dem Laden verbringen, bevor man überhaupt rein durfte. Dann hat man von Armin den Lappen bekommen und musste erst mal sauber machen. Ja, und zwar erst mal rechts, dann links und bis das erst mal saß. Ewig. Die meisten sind da schon zerbrochen dran. Die konnten das gar nicht. Aber ich habe bis zum Ende durchgehalten. Ich habe dann nach ungefähr zwei, drei Monaten durfte ich die ersten Figuren ansehen. Ja, von weitem. Und am Ende, am Ende hatte ich das Privileg, eine kaufen zu dürfen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute kann jeder ins Netz gehen und sich einfach bestellen. Und man kann auch live in den Laden kommen, aber das ist mir meistens schon zu anstrengend. Heute kann jeder, jeder, jeder kann von sich sagen, dass er ein Nerd ist. Aber ich weiß noch, wie es ist, wirklich ein Nerd zu sein. Willkommen bei Comic-Held.